Wir sind hier auf einem landwirtschaftlichen Gehöft im Wiesenweg, im Ortsteil Glasdorf. Wir sind hier so circa 13.04 Uhr, 13.05 Uhr mit dem Stichwort Hallenbrand alarmiert worden. Bei unserem Eintreffen stand hier eine landwirtschaftliche Halle im Hintergrund auf dem Gehöft, schon zu großen Teilen in Vollbrand. In der Halle gelagert waren landwirtschaftliche Maschinen, Stroh. Und am Ende der Halle haben wir dort auch einen elektrischen Verteilerraum, der große Teile des Hofes hier mit Strom versorgt. Und aufgrund der Brandausbreitung und auch der Tageszeit, wo ja nun auch nicht sofort alle Feuerwehrkameraden sofort einmal an der Einsatzstelle sein können, hat unser zuständiger Einsatzleiter, unser Gemeinderatmeister, das Stichwort von Feuer 2 auf Feuer 4 erhöhen lassen. Und in dem Zusammenhang auch die Feuerwehr in Friesäute und Garl zur Einsatzstelle beordert. Die Feuerwehr Friesäute unterstützt uns unter anderem hier auch mit der Drehleiter. Und beide anderen Feuerwehren natürlich auch durch die Versorgung mit Löschwasser als auch mit Personal- und insbesondere Atemschutzgeräteträgern. Wir haben hier das Problem, dass wir ein bisschen abseits der Wasserversorgung liegen. Das heißt, wir haben Probleme mit der Wasserversorgung, gerade bei einem solchen Brandausmaß in dieser Ausbreitung, um relativ schnell sehr viel Löschwasser zur Verfügung zu haben. Daher haben wir uns entschieden, neben zwei B-Leitungen, die hier liegen, auch einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einzurichten, unter anderem auch mit unserem neuen GTLF 9000, was hier zum Teil auch im Hintergrund im Einsatz ist. Und nach meinem letzten Stand werden wir jetzt gleich auch noch einen Faltbehälter aufbauen und hier in Zusammenarbeit mit der örtlichen Landwirtschaft, mit dem wir schon seit circa ein oder zwei Jahren eine sogenannte Red Pharma Task Force gegründet haben, Löschwasser mit landwirtschaftlichen Güllefässern hier heranzufahren, in einen Zwischenwälder zu pumpen und dann das zur weiteren Brandbekämpfung zu nutzen. Aktueller Stand ist der, dass wir nur von einem Sachschaden reden müssen. Wir haben nach meinem bisherigen Stand keine Verletzten, auch keine Schäden an Tieren. Das Feuer ist aktuell unter Kontrolle und wir beginnen jetzt mit umfangreichen Nachlöscharbeiten, die uns hier mit Sicherheit noch mehrere Stunden beschäftigen werden, bis das hier komplett gelöscht ist. Insbesondere ein Problem ist auch hier noch ins Innere der Halle vorzudringen, weil dort auch noch gepresste Stroh lagert. Das ist in der Brandbekämpfung nicht immer ganz einfach. Zurzeit beginnen wir mit Teleskopladern die Halle, soweit es geht, leer zu räumen und auf einem benachbarten Feld das verbrannte Stroh endgültig abzulöschen. Aktuell sind wir hier im Einsatz mit circa 100 Einsatzkräften aus den drei genannten Ortsfeuerwerden. Wir haben hier die Drohnengruppe des Landkreises in der großen Ausführung hier. Das heißt unterstützt auch durch das THW vom Ortsverband Kloppenburg. Das DRK aus Bösel beliefert uns gerade mit Getränken. Ich vermute, dass wir hinterher auch noch eine Verpflegungskomponente von denen bekommen werden. Wir haben einen Rettungswagen zum Eigenschutz hier noch auf der Einsatzstelle und natürlich auch zur Betreuung der Angehörigen der Hofstelle. Der Fernmeldezug des Landkreises war zwar alarmiert, ist aber aktuell nicht mehr im Einsatz, weil die Lage für uns im Griff ist. Das heißt, vereinfacht gesagt, geht es jetzt hier nur noch darum, in Fleißarbeit, in Handarbeit die Einsatzstelle abzulöschen. Hauptaufmerk aktuell ist neben der Wasserversorgung das Halten eines elektrischen Betriebsraumes, an dem noch benachbarte Ställe hängen. Und wenn der uns noch in Brand stehen würde, beziehungsweise so weit beschädigt werden würde, dass die Stromversorgung hier gekappt werden müsste, hätten wir große Schwierigkeiten, umliegende Stahlanlagen mit mehreren 10.000 Tieren mit Strom zu versorgen. Und das ist gerade das Hauptaugenmerk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017